Franzi! Warte! Was ist denn? Spürger-Session! Wann ist denn? 28. Es ist eh schon nach Weihnachten, oder? Am Freitag in der Weihnachtswoche. Gemütlich noch vor Silvester. Vollgas! Ja, was passiert da? Was geht's? Eine Gemmerei bei mir. Teuerin in dem schönen Raum, oder was? Und draußen kann man relaxen. Relaxen mit der Heizkanon Grün! Und Spiegel und so! Gibt's was zum Futtern? Futter-Futter! Wenn jeder was mitnimmt, wisst ihr eh wieder. Weil mir wird echt zu schwindig, oh mein Schatz. Wisst ihr eh, wie's rein da rinnen? In Kreisrennen! Ja, wir funktionieren jedes Jahr dasselbe mit Rads auch schon richtig. Ähm, mir fällt nichts mehr. Ja, Juhu! Juhu!